So, geht es direkt weiter hier bei Starbound. Wir waren ja schon mal fleißig am Bauen hier. Natürlich haben wir jetzt nicht mehr so viel, ne? Aber ich müsste mal gucken... Hm, wo kann ich denn eigentlich ne Hacke bauen? Hier nicht. Weiß ich gar nicht. Holz gießt keine... Hier ist ne Hacke, okay. Bauholz. Ah, shit. Okay, hm, doof. Brauchen wir auf jeden Fall Holz schon mal. Kann ich irgendwas mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin? Nö, ne? Ja, wir haben ja da unten auch keine Kisten oder sonst was. Und da ich Leder hab, konnte ich auch das wieder mitnehmen. Zack. Und so viel Gedöns hier, ne? Ja, muss ich mal gucken. Da fehlt uns doch hier immer das Holz. Müssen die Bäume wachsen. Tun sie natürlich nicht so schnell, ne? Okay, ach ja, ich kann ja ein bisschen Bauholz machen, warte mal. Geht das also wieder ein bisschen weniger? Wieder hoch. So, haben wir ne Hacke. Da würde ich mal gucken, ob ich hier überhaupt irgendwas anbauen kann. So, das müsste hier sein, ne? Jo. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel und wo und pipapo hier. Ich weiß nicht, ob das wächst. Wenn nicht, ist das natürlich ein bisschen doof. Naja, okay, mal gucken. Was haben wir denn hier so schön? Ist das alles... Gerüstete Pilze, Weizen... ...Pineapple Seed haben wir hier. Ja, mal gucken, ob das wächst. Karotte. ...Rote Apfel gekocht hat, Bananensamen. Karottensamen. Okay, da haben wir ein bisschen mehr von. Ähm... Kau... Maisamen. Na, die Blöde wackelt, ey. Ähm... Kartoffelsamen. Tomatensamen. Und hier haben wir noch ganz viele, du. Das sind auch noch Tomaten. Gekochte Steak, rohe Schinken. Popcorn. Ananas. Banane. Zuckerrohe Samen haben wir hier noch. Das haben wir noch. Erstmal die Einzelnen hier. Perlerbsen haben wir auch noch. Das alles nicht wechseln, ist natürlich alles für den Arsch. Weizensamen. Reissamen. Reissamen. So, Tomaten. So, Tomaten. Das war's. Ja gut, hier ist ja sozusagen überall dahinter. Jetzt müssen wir gucken, ob das wächst. Mehr haben wir auch gar keinen Platz, wa? Für mehr. Oder? Loll, da habe ich noch ein bisschen, ein bisschen Karotten hingepackt. Okay. Kau habe ich jetzt gar nicht angeboten, naja. Die pack ich da an, weil das Dings ist. So. Es wäre schön, wenn das jetzt wachsen würde, ne, aber... Oh nein, ich habe ja auch noch Pilze angebaut. Okay, naja. Okay, naja. Let's go. Gibt's keine... Gibt's keine Axt oder so? Zwei auf einen Schlag, hier. Zack. Ah, zuh ja. Zwei. das ist ja nur der stamm so ganz nett das ist dann ungetüm da ist natürlich nicht so nett jetzt müssen wir uns nicht mehr irgendwelche setzlinge also ob das das hier wächst ich weiß nicht ob das denn blöd ist weil wir so ein dach haben so machen wir wieder hin hier das geht ja nicht so gut hoch so die ist auch was schönes gewachsen das ist auch alles im weg hier das ist auch ein Schandfleck ob es mit der Spitzhacke besser geht so viel Setzlinge wieder what the fuck da geht es auch nicht viel besser klären wie man kleine Zielsteine herstellt naja dafür brauche ich die einfach wir haben ja noch ein paar klumps das ist der nächste Baum die hält ja echt nichts aus die hält ja echt nix aus die kommt kaputt egal du weißt die Musik ach ne ey das dauert hier aber ich will dieses Schandfleck weg machen wir könnten auch noch mehr Bäume hin zum Beispiel na wir haben ja da aber ordentlich Holz haben wir schon wieder bekommen das wird leider immer so oft Nacht das ist echt blöd nicht die 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 Oh oh, der ist ja gut. Das Eisen muss ich noch nehmen, hier. Ja, ich brauche immer ein bisschen Licht. Okay. Hm, wächst das oder wächst das nicht hier? Es sieht fast am Wachsen aus, aber ich weiß es nicht. Was ist das hier? Überwächst die Gefahr. Da kommt aber ordentlich was raus. Hier komme ich jetzt auch nicht hoch, ne? Nicht schön, aber zweckmäßig. Ähm, was ich auch noch wieder brauche. Ein bisschen... ...sitz hier. Und dann irgendwas zufrieden hier. Erstmal ne Ananas. Und vielleicht mal ne Banane. Vielleicht mal ne Viech, wenn es so weitergeht. Eine Limonade vielleicht, ne? Was macht das nochmal? Bonus-Energie. Achso. Ups. Das ist doch scheiße, wenn das da unten nicht wachsen würde. Hm. Aber wir müssen da noch ein bisschen Geduld haben. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht, ob ich hier solche weiterbauen oder nicht. Das ist doch doof, wenn das da nicht wachsen würde. Der wächst auch nicht. Egal. Pech. So, nun können wir hier überall Felder noch hinten machen. Dann kann ich da hinten alles wieder weg machen. Ob die unten kommt denn irgendwas anderes hin oder so. Keine Ahnung. Das wollte ich ja natürlich nicht abbauen. Ich muss es wieder so nennen. Okay. Zack. Ja, mal überlegen. Mal abwarten. Und Tee trinken, ne? Lieber Vogel. Ich muss doch leider hier so ein bisschen hoch. Wenn ich den ganzen Scheiße... Oh. Mal weg haben will. Da kommt es ja jetzt nicht so optimal hoch, ne? Na, alles Baugerüst. Müsst ihr euch alles wegdenken. Ja, da kann die Fackel da auch nicht existieren. Ja, stimmt. So, alles wieder weg. Alles wieder aufsammeln. Hm. Hm. Ah, ist das doof hier. Ich mach alles umständlich. So, dann ist es hier hin. Wenigstens bis hier erstmal weg, oder? Dann hat er noch eine gute Reichweite, das Ding. Ich würde da unten nichts wachsen, ey. Das ist doch scheiße. Wohl, guck mal, das kann bewässert werden, hier, ne? Hier theoretisch auch, aber irgendwie nicht. Also hier ist alles trocken, okay. Ach, shit. Ach, doof. Das Feld kannst du hier vergessen, glaube ich. Ich muss das woanders machen. Ach, ist auch blöd. Wir haben noch nicht mal im Haus richtig angefangen. Hier muss ich leider erstmal abreißen. So, jetzt erstmal alles fixen hier. Und jetzt bloß die Fahne auch wieder aufstellen. Und wieder mal umbenennen. Bins. Dann müssen wir hier was anderes machen. Ah, ist doch doof, alles irgendwie, ne? Oh, geil. Das Ding kommt, fliegst du da runter. Irgendwie hat das alles irgendwie so, hat das so magische Kräfte, oder? Keine Ahnung. So, ich muss mich heilen, was man nicht alles denken muss. Mit das Ding, ja. Geht ja viel schneller. Ja, ich piepe wieder, ich weiß. Da ist auch ein bisschen eine doofe Stelle hier. Ach, Mist, ey. Kommt, das ist auch so viel in die Sachen. Gekochte Perlerbsen und alles hier. Wasser kann ich mir sonst noch rein. Zwiebeln, alles mögliche. Geröstete Pilze. Das nehme ich erstmal in die Hand. Den nehme ich immer weg. Wo sind die ganzen Seeds, wo sind die jetzt immer alle? Musst du alles nochmal machen. So, Mais. Kartoffeln. So, machen wir das mal eben hier noch schnell. Weizen. Weizen. Eigentlich ganz wichtig. Zack. Reis. Das war's, ne? Außer da unten. Ähm. Nehm ich die auch. Zack. Keine Karotten, ne? Na, hier noch ein paar. Ja, das war auch wieder schlau. So, hier komm ich hoch. Da muss das ja wachsen. Aber ist natürlich ein bisschen blöd hier alles, ne? So, zumindest muss man hier runterkommen. Ich hab wieder Hunger. Achso, ich hab ja... Das ist da... Mann, ja, ich weiß. Was macht das? Bonus Gesundheit. So, egal. Dann brauch ich mir den ganzen Wands voll. So, sind wir ja nicht so weit gekommen. Naja, aber machen wir in der nächsten Folge Starbound weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.